Hallo, meine lieben Freunde! Wow, ich bin laut. Wow. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. 60 Sekunden! Wir versuchen weiterhin, diese Scheiße Chief mitzubekommen. Mann! Also langsam will ich das echt mal haben. Ich hoffe, meine Cam lag nicht. Ich renne da nebenbei nämlich noch Isaac gerade. Aber eigentlich geht das. Glaube ich. Ja. Doch. Schon. So ein bisschen. Vielleicht. Gut, wir holen uns hier hinten das Buch. Und die Taschenlampe. Lol, ich hab schon wieder aus dem Spiel geklickt. Was ist das? Okay. Das war natürlich wieder mega mies. Habe ich hier nichts mehr irgendwie, was ich mitnehmen kann? Doch trinken, okay. Okay, ich will das Medikit. Medikit. Waffe. Da ist ganz viel Essen und Trinken. Alles klar. Wir hören uns aber erst über die Gasmaske. Und Essen, okay. Und Dolores. Schmeißen. Timmy. Schloss. Reinschmeißen. Mary Jane. Radio. Habe ich die Karte schon eingesammelt? Nee, ne? Axt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe die Karte nicht mitgenommen. Oder? Nein, habe ich nicht. Okay. Habe ich nicht. Mann. Diese Abwacke. Hätte ich eben... Nee, ich hätte es zeitlich geschafft. Hätte ich nicht aus irgendeinem Grund wieder aus dem Spiel geklickt. Was bei Six Six Seconds eigentlich nicht mal möglich ist. Weil ich meine Maus nicht mal bis nach da rüberziehen kann. Auf meinem anderen Bildschirm. Mann. Ah. Kaffee. Tränke ich zu viel Kaffee, Leute? Ich glaube nicht, nee. Nee, nee. Definitiv nicht. Mann, schon wieder. Was ist das? Warum? Hä? Das macht einfach null Sinn. Digga. Alter, Vater. Kann doch nicht wahr sein, ey. Karte. Rein. Hey, Dolores. Essen. Komm her, Mary Jane. Und das Spray. Okay, komm. Werf dich rein. Danke. Hört mir noch das Buch. Okay. Dann holen wir noch schnell... Taschenlampe. Und Gasmaske. Und dann brauchen wir noch Jimmy und das Gewehr. Okay. Und dann essen und trinken halt, ne? Scheiße. Zack. 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 Oh Gott, ich will das hier haben. Okay. Nee, ich hole nichts mehr. Oh, ich hab gerade überlegt, ob ich noch schnell irgendwo hinrenne und irgendwas hole, aber ich glaube, das hätte ich nicht gepackt. Hab ich die Axt mitgenommen? Das wäre auch eine Idee gewesen, oder? Hab ich die? Wäre mal schön zu wissen. So, wir merken, was ich mitnehme, oder? Okay, okay. Wir haben alles Wichtige. Und nur eine Flasche Wasser. Scheiße. Wir müssen auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall wen instant auf eine Expedition schicken, Alter. Kacke. Wow. Scheiße. Aber wir haben sonst eigentlich ganz gut was dabei. Essen haben wir auch nur. Wir schicken wir ihn raus. Sofort. Am besten Dolores, glaube ich. Die hat im letzten Part übel viel mitgebracht. Was ziemlich geil war. Dolores mit der Gasmaske. Nein, ich hab die Axt nicht mitgenommen, wie ich gerade sehe. Ich habe sie nicht mitgenommen. Ja, ein Pferd. Also ein Typ mit einem Pferd. Mal sehen, was der uns gibt. Hoffentlich eine Axt. Nein, er gibt uns... Trinken? Ne, Munition hat er uns gegeben. Okay. Munition. Gut, jetzt kriegen sie alle was zu trinken. Mann, dafür hätte ich gerade die Gasmaske gebraucht, ne? Die hätten bestimmt auch gut was gehabt. Gut was an Sachen gehabt. Äh, noch keiner hat Hunger. Ne. Radio kriegen wir eigentlich relativ leicht kaputt, ne? Will ich saven? Will ich das Radio saven? Die Karte safe ich auf jeden Fall nicht. Ähm. Wir saven's. Wir saven's. Damit wir noch eine geringe Chance haben, noch zu beleben. So, wisst ihr? Hungrig, Timmy. Okay. Dolores muss dann spätestens zwei Tage wieder da sein. Sonst überlebt nur Ted. Und das wäre nicht gut. Hunger und Hunger. Okay. Timmy nicht. Ja, komm. Versuchen wir Pancake zu holen. Kann man ja machen. Ja, sie hat Trinken mitgebracht. Okay. Und als nächstes schicken wir Timmy, glaube ich, auf eine Expedition. Trinken. 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 Sie braucht Essen. Und trinken. Okay. So, Loris kriegt Essen. Starten eine Expedition. Hören Radio. Wow. Das war viel. Gut. Trinken. Trinken. Immer noch Hunger. Okay. Aber sie kriegt auch Trinken. Und Essen. Schicken Timmy raus mit der Gasmaske. Okay. Das war's. Jetzt ist mein Kappi leer. Ich habe immer noch Hunger, die Alte. Oi, oi, oi. Was muss ich... Wehren. Ähm. Wir nutzen mal erst mal das Schloss, oder? Ja, komm. Wir nutzen das Schloss. Wir haben das Schloss genutzt. Yeah. Schon am 12. Tag? Äh, also am 11. Tag. Alter. Immer noch Hunger. Ey, was ist denn mit dir, Dolores? Nein. Das Madhouse Achievement wollen wir auch noch haben. Also, wie heißt es denn? Wie heißt es? Wie heißt es? Ich weiß es nicht. Äh. Ich weiß es nicht. So, zwei Tage können sie noch trinken und Mary Jane hat Hunger. Geben wir ihm eine Su... Ja, komm. Ja, komm. Er wird zwar auch ohne wiederkommen, aber egal. Kann Timmy jetzt mal langsam wieder da sein? Kann Timmy jetzt mal langsam wieder da sein? Das wäre schön. Äh. Morgen, Knot von Ted. Okay. Wir haben das Glück gemacht. Können wir zeigen, dass wir nicht mehr... Okay. Wir machen's. Kann fucking Timmy langsam wiederkommen? Ja. Jungchen. Komm. Danke. Er hat nichts Gutes mitgebracht. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Wir brauchen Wasser, wir sterben Habe ich überhaupt noch Wasser, um irgendwem ein bisschen was zu geben? Ich glaube nicht, oder? Timmy hat immer noch Hunger, okay Doch Ich kann zwei Leute saven Zwei Dolores, geh raus mit der Gasmaske Warte, Mary J Ich glaube Mary Jane Nein, Dolores Weil da können wir Mary Jane noch saven, wisst ihr? Na, zwei Erwachsene noch Und Timmy halt saven Toll Er ist durstig, hungrig Timmy ist immer noch hungrig Ja, ja, gut Haben sie jetzt irgendwas weggenommen? Okay Ja, wir geben Signale mit der Taschenlampe Geh kaputt Geh kaputt Die ist nicht kaputt Toll Mary Jane hat Hunger Und Ted hat Hunger Es tut mir leid, Timmy Es tut mir so leid, Alter Pancake ist zurück Oh, wir können Oh Hä 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 Okay, sie hat trinken und essen mitgebracht Alles klar Das ist schon mal schön Und erneut Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Komm schon Mann Ja, Mary Jane geht raus Mann Also kurz zum Telefon Mann Sie ist, nein Obwohl, wir können auch Ted rausschicken Okay 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 Gerne etwas essen Kannste haben Mary Jane kann noch rausgehen Okay Ja, komm Das ist mit der Karte Fakt grad ein bisschen ab, ne Musste das sein, Dolores Musste das sein Und wir schicken Mary Jane mit der Gasmaske raus Damit sie die kaputt kriegt Hätten wir den Koffer, ey Hätten wir mehrere Sachen rausgeben können Immer noch Hunger Was ist denn mit dir, Alter Du Meine Güte Wir müssen bei dem Event nicht mal was machen, ne Passiert ja nichts Schlimmes bei denen Weil, die kampieren ja nur da vorne Hm Dolores wird ohne Wasser nicht länger überleben Ja Ist okay Hääääääää Es le- Oh Mann, das Radio ist immer noch heile, Alter Kann das mal kaputt gehen Ist ja echt schön Hier Kriegst Essen, Ted Nein Das wäre grad fast ein Fehler gewesen Hallo Mary Jane Ach ja, Essen und Trinken Schön Die Gasmaske ist endlich kaputt Schön Zweimal essen, einmal trinken Und neues Medik Okay 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 Wir schicken Ted gleich raus Zwar ohne Gasmaske oder so Wir schicken ihn mit Der Karte, glaube ich Mit der Taschenlampe her Mit der Taschenlampe her, oder? Ne, mit der Karte Ja, ist ziemlich ruhig Äh, hungrig Genau Hungrig Ähm Mit der Karte Denn wir hatten ja schon das Event Das Alles unter Wasser steht Das Erdbeben-Event oder so Kann auch kommen Wodurch die beiden Sachen kaputt gehen können Wisst ihr? Äh Man muss ja nicht länger überleben Zwei Tage haben wir noch Sie braucht immer noch Essen Äh Aber das ist ja mehr Ah, wir müssen alle Waffen weglegen Ja gut, wir haben eh keine Waffe Also müssen wir sie nicht weglegen Ist sehr gut Ist sehr, sehr gut Sehr, 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 sehr gut Gut, yeah, aha Äh, beide haben Hunger und Durst Okay Dann geht doch weg, ey Obwohl, das ist, glaube ich, gut, oder? Ist, glaube ich, ganz gut Also kann uns nichts passieren Glaube ich Also Ja Ich weiß gar nicht Oder machen die irgendwann was? Ich habe keine Ahnung Die Karte ist kaputt Geil Und Ted ist krank Das ist okay Das ist okay Er hat gut was mitgebracht An Sachen Ähm Ja Die Karte ist kaputt Das ist schön Nichts damit Vielleicht Hunger Und Durst hat er nicht Okay Aber er hat Hunger Und kriegt ein Medikit Und wir starten Ah Ah, okay Dolores war draußen Der Räuberboss war ihr Vater Äh, äh Sollte was trinken Genau Und er hat immer noch Hunger Wir starten eine Expedition Und können dagegen nichts tun Was eigentlich echt okay ist Weil ich habe das Gefühl Wenn das Event kommt Dann kommt nichts anderes mehr Kein Event Das irgendwelche Räuber Uns angreifen oder so Was trinken Genau Kann noch warten Und Essen kriegt er jetzt Dolores geht raus Mit der Taschenlampe Jo Und wir hoffen, dass er Äh, dass Dolores Die Taschenlampe kaputt macht Dann fehlt nur noch Das Radio, Leute Nur noch das Radio Fehlt dann, Mann Okay Trinken Okay Und Ted hat auch Noch Hunger Dazu Alles klar Machen wir es? Wir machen es Wir machen es Zwillinge könnten Verbandkasten gebrauchen Und Dolores könnte Krank zurückkommen Also ist alles okay Hungrig Okay Du kriegst Essen Ja, wir sind echt Am Rande unserer Vorräte, ne Ohne Witz Ja, echt kaum noch Vorräte Das ist krass Keine Sorgen Okay Okay Okay, komm Dolores, mach sie kaputt Die Taschenlampe Das wäre super von dir, Alter Trinken, trinken Ja, zwei Tage können wir noch warten Schlafprobleme Machen wir es? Wir machen es Ja Das ist ganz gut Können eh nicht mehr alle verrückt kriegen Dadurch, dass Timmy nicht mehr da ist Leider Äh Okay Ja Mary Jane Gamer Heißt Na okay Warte mal Wenn wir jetzt eine Expedition starten können Wäre es echt bad Keine Sorgen Steht man Okay Nein Sie kommt nicht wieder Oh shit Aber wir können was tauschen Machen wir es? Wir machen es Wir brauchen Wasser Wir brauchen auch Essen Deswegen, das ist das Problem Oh man, wir haben keine Taschenlampe mehr Oh, Mary Jane Muss rausgehen Und bringt hoffentlich Eine neue Taschenlampe mit Sie nimmt das Radio mal mit? Würde ich jetzt mal so sagen Vielleicht Damit es kaputt gehen kann? Ich weiß nicht Was bringt es das Radio Vielleicht mit dem Militär sich verständigen Während sie unterwegs ist Das könnte eigentlich ganz Ah, das könnte Könnte praktisch sein Äh Ach, die Zwillinge Okay, hätten wir das Medikit mal aufgehoben Genau das habe ich nämlich gehofft Dass die Zwillinge ein Medikit brauchen Und wir dadurch dann eins haben halt Und denen helfen können Ah, das wäre schön gewesen Mann Ich habe nicht gelesen, was mit Dolores ist Wurde die jetzt entführt oder so? Oder wurde sie irgendwie Ich weiß nicht Also hat sie es einfach nicht geschafft Eigentlich wurde sie ja entführt wahrscheinlich, ne? Ja, wir können kein Radio hören, nein Aber Ted ist auch nicht verrückt Okay, das ist schön Ja, es ist schön, aber es ist gut Es ist wirklich müde, ja Aber es ist okay Kann ich jetzt nichts gegen ändern, da? Komm, Mary Jane Komm zurück, Mary Jane Ist meine einzige Hoffnung gerade Ja, es ist gut Also Ted geht es gut Wir machen es Hätte ich mal nicht gemacht, ne? Hätten es nicht machen sollen Hätten es nicht machen sollen Dolores wurde gefangen genommen, okay Blind Date Business as usual As usual, as usual Okay, ich habe einen Namen für den Part Ich hätte nicht aufmachen sollen Wir sind nicht gestorben Wieso hatten wir keinen Sound mehr? Hä? Okay Egal Gut Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Leute Es war halt dumm, dass Dolores halt gefangen genommen wurde Mit der Taschenlampe Das war halt doof Wir hätten es wahrscheinlich eh nicht mehr geschafft, alles Aber naja Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen Wir sehen uns bei Das Nächste Mal wieder Hout Drei Na